Herzogin Meghan soll besorgt sein wegen der wachsenden Kritik an ihrer neuen Marke. Und genau diese Belastung soll sich nun auf ihre Beziehung zu Prinz Harry auswirken. Herzogin Meghan, schon bald kommt ihre Lifestyle-Marke auf den Markt. Die Schauspielerin und Frau von Prinz Harry, 39, Herzogin Meghan, 42, ist aktuell ziemlich aktiv. Mehrere Projekte sollen gerade auf ihrer Agenda stehen. Unter anderem arbeite die 42-Jährige an einem neuen Podcast und einer Kochshow für Netflix. Außerdem soll schon bald ihre Lifestyle-Marke American Riviera Orchard auf den Markt gehen und die ersten Produkte verkauft werden. Bisher hätten erstmal nur ihre engsten Freunde ihre Marmelade- und Hundekekse probieren können. Doch die breite Öffentlichkeit habe bereits jetzt schon eine Meinung dazu. Herzogin Meghan, in Tränen aufgelöst wegen der Öffentlichkeit. Meghan sei wegen ihrer Produkte viel Kritik und schmunzenden Bemerkungen ausgesetzt. Harter Tobak, der ihr zu schaffen mache, so Reuel-Experte Tom Quinn. Meghan war in Tränen aufgelöst, als die Marke eingeführt wurde, und ihre neue Marmelade wurde weiterhin als teuer und nichts Besonderes verspottet. Verrät er gegenüber Mirau es. Tom geht sogar so weit, dass er annimmt, Meghans Stress würde sich auf die Beziehung zu Harry auswirken. Es gibt einen wachsenden Riss zwischen Harry und Meghan, der durch Meghans zunehmende Sorge verursacht wird, dass ihr Leben nicht in die Richtung geht, die sie geplant hatte, sie liebt die Aufmerksamkeit der Medien und hasst die Tatsache, Dass Umfragen darauf hindeuten, dass sie und Harry für die amerikanische Öffentlichkeit nicht mehr von großem Interesse sind, will der Reuel-Experte wissen. Laut Tom sei Meghan jetzt an einem Punkt angelangt, an dem sie glaubt, dass alles, was sie tut, zu Unrecht kritisiert wird. Wie ihr Mann hat sie das Gefühl, dass die Leute unfair auf ihr herumhaken, sie kann nicht verstehen, warum die Leute ihre Arbeit nicht bewundern. Mal sehen, ob sich die Meinungen ändern, wenn die Produkte für alle zugänglich sind.